Diese Folge handelt von einem sehr erfolgreichen, sehr bekannten deutschen Lyriker, der auf zwei Beinen einem bürgerlichen und einem sehr parteilichen auf der Aufklärerseite durch die Welt ging. Von Peter Rümkorf. Selbstporträt. Wie ich höre, hast du lange nichts von dir selbst gesungen, Peterchen. Die Menschheit muss ja allmählich denken, sie ist unter sich. Wie viele Reiche haben inzwischen ihren Besitzer gewechselt? Das Bewusstsein ist siebenmal umgeschlagen. Da schneie ich nun herein mit lauter letzten Fragen. Darf man eintreten, Platz nehmen, fragen, wie man wieder nach draußen kommt? Gut, aber Kinder, da ist doch irgendwas mit der Perspektive los. Alle Wände verzogen, seit wir das letzte Mal über Zukunft sprachen. Prinzip Hoffnung total aus der Flucht. Ein wahres Wunder, dass wir nicht alle schon schielen. Soll ich euch mal sagen, was ist? Also von mir aus können wir hier sofort vom Tisch aufstehen und die Welt umwälzen. Aber mit wem denn? Mit wem? Mit der Arbeiterklasse und der SPD? Wir atmen die gleiche Luft, ja. Mehr ist bald nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, man soll den Sozialismus nie völlig verloren geben. Was habt ihr gelesen? Ach so, bei der IG Metall, ja. 150.000 Arbeitsplätze der deutschen Waffenindustrie langfristig gefährdet. Die Wahrheit macht einem immer wieder mal einen dicken Strich durch den Glauben. Man guckt in die Zukunft, jedenfalls ich, wie in eine Geschützmündung. Vielleicht ist es einfach nur dies. Mein Herz zieht allmählich die Geier an. Wer links kein Land mehr sieht, für den rast die Erde bald wie ein abgeriebener Pneu auf die ewigen Müllgründe zu. Düdeli-Düt. Du lauf doch nicht gleich zur Mama mit deinen Verwüstungen. Düdeli-Düt. Noch ein Tisch für das Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz. Konstantinopolitanische Dudelsackpfeifenmachergesellen Risikozulage. Peter Rümkopf war hoch dekoriert und allseits, wenn nicht anerkannt, so doch respektiert. 1988 erhielte den Heinrich-Heine-Preis der DDR und fünf Jahre später den Georg-Büchner-Preis der BRD, was sicherlich Seltenheitswert hat. 1929 ist an Dortmund geboren. Die Mutter war Lehrerin, der Vater Puppenspieler. Auch hier schon zwei Beine. In Stade geht Rümkopf zur Schule. In Hamburg lebte er bis zu seinem Tod im Frühjahr 2008. Das Selbstporträt stammt aus dem Gedichtband Haltbar bis Ende 1999, von dem drei Monate nach Erscheinen schon 20.000 Exemplare verkauft waren. Wie gesagt, Peter Rümkopf war ein erfolgreicher Lyriker, der, nimmt man die Honorare der Lesungen hinzu, durchaus von seiner Arbeit leben konnte, was nicht allzu häufig bei Dichtern vorkommt, die hauptsächlich Lyrik produzieren. Ich butter meinen Toast von beiden Seiten. Schön, wenn einer mit Sprüchen vor euch hintritt, nicht wahr? Wo ihr bloß noch mit dem Kopfnicken braucht. Hier zum Beispiel haben wir unser progressives Theater zum Mitspielen, wo die Selbstdarstellung des Menschen wieder einmal voll greift. Wäre das nicht ein echtes Freizeitangebot an dich? Hier gleich nebenan entsteht ein individuell geplantes Fertighaus, Kommunikationszentrum für alternative Lebensformen. Sie müssen natürlich ihre ganze Persönlichkeit mit einbringen. Zu unserem Konzert für schöne Stimmen begrüßen wir heute außerdem Udo Jürgens. Udo, der bei uns so viel Erfolg hat, wie in der DDR, fasst auch heiße Eisen an. Manchmal glaube ich allerdings, diesen Schleim kann die Menschheit auf Dauer gar nicht einschlürfen, ohne dass sich ihr das Bewusstsein umdreht. Manchmal dagegen scheint mir die Welt auch wieder ganz wirklich. Es ist natürlich angenehm, wenn man als Deutscher in der Lage ist, und wenige sind das, witzig zu sein. Rümkopf ist witzig. Manchmal auch zynisch, böse und aggressiv. Einen zweiten Weg. In mir arbeitet es wenigstens einer von uns, der noch was tut, wo ich nur so rumhänge. Bald mache ich ohne Schnaps den Mund gar nicht mehr auf. Also bitte, aber noch eine letzte Lokalrunde für einen unberechenbaren Einzelgänger. Ja, wenn wir alle gemeinsam einheben, verzieht sich Wetten vielleicht die ganze Statistik. Ob so etwas jemand nicht in den falschen Hals bekommen kann? Im Zweifelsfall Sie mit der verwackelten Zielgruppe. Sie leiden wohl heute schon an den Themen von morgen, ne? Aber mit dem Tropfen Malteser trinken Sie doch niemanden etwas weg. Wissen Sie, in solchen Zuständen hat Alexander mal den Euphrat überschritten. Vollkommen im Kleister. Von Goethe gar nicht zu schweigen. Der hat sich drei Fläschchen Mosel täglich genehmigt. Fast mehr, als er gedichtet hat. Mein Großvater sagte immer, die Füße müsste es zweimal geben. Ich sage, die Leber. Wenn einer dann noch kleine Zehnjährchen durchhält und vielleicht heute schon auf dem Krankenbett spart, kriegt er praktisch vom Facharzt jedes gewünschte Organ. Aber die Zwischenzeit muss natürlich auch ein bisschen unterhaltsam sein. Nicht einfach bloß so drüber weggelebt. Schließlich wird ja nicht meine gesamte Person auf Einschlag aussetzen. Aufgeben ich mich, was schon dieses Jahr, ehrlich gesagt, von meiner Auffassung vom Glück her, kann ich mir solche Gedanken gar nicht leisten. Lieber noch ein bisschen mit meinen mürben Stellen experimentiert und, solange das Hirn noch nicht abgebunden hat, dem Vulkan in die Krypta gegriffen. Meine Grenzen nach innen überschreiben, noch einmal diese Stoffe da erzeugen, Happen-Manner destillieren, Goldglubber, Nervenplankton, Stratosphären-Sperma. Ja, es muss doch noch einen zweiten Weg ums Gehirn rum geben. Der rüde Schöngeist Rümkopf, wie ihn Enzensberger nannte, hatte immer in Phasen enttäuschter Hoffnungen, meist enttäuschter politischer Hoffnungen, Gedichte geschrieben. So 1960, als in der Adenauer-Zeit die alten Nazis wieder ihre warm gehaltenen Plätze einnahmen, so 1979, als die 68er-Zeit gescheitert war und den RAF-Terror abglitt, so jetzt, wo der sogenannte real existierende Sozialismus nur noch für die Geschichtsbücher taugt. Zum Schluss noch ein Gedicht von Peter Rümkopf, ebenfalls aus seinem Buch, Haltbar bis Ende 1999, mit dem Titel Aufbruch vor Morgen. Wie viel Uhr? Es kommen auf einmal so viele fipsige Vögel auf. Verflucht. Bald wird mir die Sonne ihr Zitronenlicht ins verkniffene Auge träufeln. Aufwachen. Wozu? Es ist doch so. Laut Emnit folgt für 44% aller Bundesbürger auf den Tod das Nichts. Von denen völlig zu schweigen, für die nach dem Nichts gleich der Tod kommt. Hab leider vergessen, was ich damit eigentlich aussagen wollte. Ach ja, wer das kapiert hat, den versteht bald keiner mehr.